Und Willkommen zu E3 M8 von Call of Doom Serial Ultimate Irgendwie so Kannst du, dass mein Arbeitsspeicher schon voll ist? Egal Was? Ach, ich hab nur das Spiel an davon, Alter Herr im Himmel bewahre mich Spieladen So, was erwartet uns? Ein paar Verrückte da, ein paar Verrückte da So, ähm Dann so Was? Was? Alter Du kommst hier direkt hoch! Oh Das ist immer schön Kann ich da weiter hin kämpfen? Verstück doch mal! Hab ich grad die ganze Zeit die Spinne getroffen oder was? Das wäre natürlich nice! Äh Hab ich den Sniper? Keine Sniper Ach, Remination So, dann muss das halt doch die sein Ähm Ähm Beide Scheiße Aber ich glaub mal die hier Ich hab beide ums Vergleich Gutmann Ah, ich hab beide ums Vergleich Ah, das war's ja auch schon Ist aber sehr schön Ist aber sehr schön So Jetzt mal ganz kurz hier Wurde bei die Fische Was? Das ist jetzt Ja, das ging schnell So Na dann Change Map E4 M1 Ja, das war natürlich wieder ein relativ kurze Map Ja, klar. Bam. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.